Alle draussen, das ist der Start zur dritten Reisebüro in Durga. Das steht von der Sicht, die Chef von Jürgen, der nebenher ist erst Jürgen, außen Quark, bis Jürgen. Und schluss des Räufers, das sieht aus, dass die Ausstattung wiederkommt, jedenfalls ein Fassi und Raschida. Und Anwalt, die Chef von Jürgen und die dereferuurerin. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.